Das sind Tests mit dem SolarWind Deployment Experiment. Da sieht man Don Lindt im Spaceanzug. Don Lindt ist der Astronaut, den wir am besten gekannt haben. Er war Wochen, wenn nicht Monate lang in Bern und hat uns beraten, wie man ein Sonnenwindsägel astronautengerecht machen könnte. Jetzt versucht er, das im Raumanzug fortzuführen. Das ist es, das ist das Röhrchen, etwa 50 cm lang. Die roten Teile sind immer dort, wo man daran recken kann. Das ist ein Stativ, das man hier auseinander nimmt. Immer, wenn das rot rauskommt, ist es voll ausgezogen. Der Grosstrick des Stativs ist, wenn man über die roten Ringe geht, kann man es nicht mehr zusammenfalten. Es ist also nicht wie ein Fotostativ, das, wenn man drauf drücken würde, wieder zusammenklappen würde, sondern dass man Kraft verleidet. Das kann man brauchen, um das Stativ in den Mondboden zu rammen. Aber jetzt sehen wir, wie er die zusammengerollte Sonnenwindfolie aus dem hohlen Stativ herausgeholt hat. Und wie er jetzt die Folie entrollt, dort kommt er mit dem Finger hinein, und jetzt entrollt er das. Und jetzt hat es offenbar zu viel Wind. Also es hat es auf dem Mond nicht mehr zum Glück. Also in diesem Sinne ist das Experiment nur halb gelungen. Das soll sich nicht vernachen. Aber das Prinzip, dass die Folie, man sieht sie, rollt sich wieder auf. Da ist eine Uhrenfeder drin. Dass die Folie jetzt entrollt werden kann und unter eingehängt. Ups, lass. Das ist einfach ein bisschen lustig. Aha, jetzt ist es ihm gelungen. Jetzt ist sie schön entfaltet. Dann hat er sie abgelöst hier unten beim Haken. Und jetzt muss die Uhrenfeder anfangen zu funktionieren. Und der Wind macht wieder nicht mit. Er versucht jetzt die Folie wieder aufzurollen. Aber ich glaube, in diesem Augenblick ist das wahrscheinlich nicht ganz. Nein, es ist da verhirscht. Man müsste sich jetzt vorstellen, da auf diesem Rollen wäre die Folie aufgerollt. Und der Stab, der bleibt so, der bleibt auf dem Mond. Die Astronauten haben dann mit diesem Sperrwurf geübt. Aber im Prinzip müsste er jetzt nur das Rollen mit der aufgerollten Folie in einen Plastiksack setzen und versorgen. Solar Wind Composition, ja. Aha, jetzt ist er in einem Raum drin. Jetzt gibt es da kein Wind. Jetzt nimmt er wieder, wie vorher, das Stativ auseinander. Man sieht dann wieder die schönen roten Ringchen. Jetzt kommt dann dort wieder eins vorne. Genau. Da hier eins und noch ein letztes. Und jetzt wollen wir schauen, wie das mit der Folie, die hier aufgerollt geht. Ohne Wind geht es recht gut. Stundenweise haben sie wahrscheinlich schon ein bisschen noch geübt damit, um herauszufinden, wie lebig ist die Folie. Jetzt ist er schon wieder am Zusammenfalten. Also dort muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht quer reinkommt. Aha, er hat schon wieder aufgegeben. Er hat sich ganz eingeräuelt. Das ist, glaube ich, nicht so passiert. Aber das wäre sozusagen die Notlösung. Hauptsache ist die Folie zurück. Zurück geht er. Das ist wahrscheinlich ein Zero-G-Flug. Ob er das auch kann. Da muss er schreissen, bis das rote Ringchen kommt. Jetzt geht es dort im Mondboden. Ja. Er ist wieder nicht gegangen. Er wollte wieder nicht stehen. Ja, aber das ist jetzt flott gegangen. Das Ausrollen ist jetzt flott gegangen. Jetzt nimmt mich wundern, ob es das mal besser zusammenrollen kann. Aushenken. Ja, schön. Jetzt führt er es gut, oder? Das ist ideal. Auch wenn wir meinen, das sei ein einfaches Experiment. Das ist für Astronauten in diesem so mässigen, steifen Anzug nicht so trivial gewesen.